Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht's weiter mit der Reihe Wie komme ich in ESO zu Gold? Und wie ihr sehen könnt, ich stehe vor einem Spieltisch. Und genau darum geht's heute, Ruhmesgeschichten. Mit dem Kartenspiel könnt ihr tatsächlich jede Menge Gold machen. Nicht sofort in Form von Goldmünzen, aber es sind so tolle Belohnungen dabei, die könnt ihr wunderbar dann bei Gildenhändlern verkaufen. Das dauert dann einen Moment, aber früher oder später landet dieses Gold dann auch in euren Taschen. Gut, das Spiel solltet ihr natürlich schon ein bisschen beherrschen, sonst macht es wenig Sinn, obwohl ihr tatsächlich auch Belohnungen bekommt, wenn ihr verliert. Also daran soll es nicht scheitern, aber um die großen Belohnungen zu bekommen, müsst ihr dann schon ab und zu wenigstens mal gewinnen. Genau genommen müsst ihr hier die Dailies annehmen. Ich verlinke unten im Text, wo es die genau gibt und wie die funktionieren. Und für jedes absolvierte Spiel, ganz unabhängig, ob ihr gewonnen oder verloren habt, bekommt ihr eine Belohnungskiste. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas näher an, um dann mal zu sehen, wie viel Gold könnte da wirklich bei uns landen. Ihr bekommt Kisten, wenn ihr die Daily abgebt und für jedes Spiel eine Belohnungskiste, die dann in eurem Postfach landet. Ich habe das jetzt alles schon mal rausgeholt. Und das sind die Täschchen, die ich jetzt durch meine Runden heute bekommen habe. Die weißen sind übrigens die, die man bekommt, wenn man verloren hat. Lief heute nicht ganz so gut für mich. Und je nachdem, ob ich gegen NPCs gespielt habe oder eben gegen einen realen Spieler, fallen dann die anderen Täschchen aus. Das Goldene gibt es nur einmal und zwar für die Daily für die Spiele gegen andere reale Spieler. Und da gucken wir natürlich dann als Letztes rein. Ich würde sagen, wir starten mit den weißen Täschchen, also mit denen, die ich bekomme, wenn ich verloren habe. Erst einmal 50 Gold sind da immer drin. Das heißt, ich habe sechsmal verloren. Also 300 Gold habe ich auf alle Fälle. Und es sind immer Materialien drin. Die sind unterschiedlich wertvoll. Das ist jetzt so, ja, nicht so besonders wertvoll, obwohl Repora sich eigentlich auch ganz gut verkaufen lässt. Aber geschenkt ist geschenkt. So, hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Natürlich 50 Gold, wie gehabt. Aber Fackelkäferpanzer lassen sich schon zwischen 680 und 760 Gold pro Stück verkaufen. Und da sieht es doch auch schon mal ganz anders aus. Da sind die 50 Gold zwar ganz nice, aber wenn ich das verkauft habe, natürlich mega. Wenn ihr kein ESO Plus habt, könnt ihr mit den Handwerksmaterialien für das Schmuckhandwerk eh nichts anfangen und könntet sogar das verkaufen. Je nachdem zwischen 170 und 180. Ich verkaufe es teilweise auch für 200 Gold pro Stück. Das lohnt sich dann auch wieder mal. So, körnige Lösung. Auch nicht schlecht. Auch für euch vielleicht zum Craften. Und hier auch nochmal Fackelkäferpanzer und natürlich die 50 Gold. So, unter anderem sind auch Blaupausen dabei. Das ist natürlich für euch schön, wenn ihr auch gerne was baut. Oder auch das könnt ihr verkaufen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so wertvoll. Aber Nirnwurz ist dann auch wieder so um die 125 Gold wert. Können wir auch wunderbar dann zum Gildenhändler bringen. So, die letzte Tasche hier. Oh, die hat sogar Dekorwachs dabei. Das ist gerade ein bisschen im Preis gefallen. Liegt aber trotzdem noch bei mindestens 650 Gold. Lohnt sich also auch. So, jetzt kommen wir mal zu den Täschchen, die wir gegen die NPCs bekommen. So, das ist so ein bisschen Semi, aber immerhin. 80 Gold, das finde ich, lohnt sich schon. Und so ein paar Materialien, ich sage mal, die schaden ja nicht. So, 3 mal 80 Gold lohnt sich also auch schon, wenn wir das andere da nochmal drauf rechnen. Und das ist eine mega tolle Tasche. Ich habe hier Kernholz. Wenn ihr Crafter seid, dann wisst ihr, das ist gerade richtig, richtig wertvoll. Wir sehen es hier auch gerade, über 1100 Gold pro Stück. Ließe sich also auch fantastisch verkaufen. Das Gleiche auch für die weltliche Rune brauchen wir in erster Linie auch für Möbel. Auch über 1000 Gold. Also allein mit dieser Tasche habt ihr schon 10.000, mehr als 10.000 Gold. Weil jetzt kommt ja Drachendorn auch noch dazu mit 500 Gold. Also ich finde, diese Tasche hat sich mega gelohnt. Und natürlich die 80 Gold, die sowieso dabei sind. So, hier haben wir ein Rezept dabei. Das ist jetzt nicht ganz so wertvoll, aber vielleicht fehlt es euch ja noch. Und fünffältliche Rune. So, wir kommen weiter zu den nächsten hochwertigen Taschen. Hier haben wir auch wieder Benediktinkraut. Das ist mit 150 Gold auch nicht schlecht. Ja, der Rest ist so semi gut. Klar, Rohanseide lässt sich im Zweifelsfall auch gut verkaufen. Und in diesen Taschen sind dann schon mal 100 Gold drin. Drachengalle lässt sich auch ganz gut verkaufen. Um die 170 Gold. Itadie immerhin 50. Und wie gehabt, 100 Gold kommen auch wieder oben drauf. So, jetzt kommen wir zu den drei wertvolleren Taschen. Heißt aber nicht zwangsweise, dass da jetzt unbedingt was Besseres drin ist als in den anderen Taschen. Denn ich finde, da waren auch schon richtig, richtig gute Sachen dabei. So, auf alle Fälle haben wir Transmutationskristalle. Die finde ich auf gar keinen Fall verkehrt. Wir haben hier schon 200 Gold. Drachengalle als nicht so, ja, oder als etwas wertvollere Materialien oder Zinnstaub wieder. Also ich finde auch keine schlechte Tasche. Und hier haben wir einen Schneidermaterialfundbericht. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Entweder ihr benutzt es selber zum Craften oder könnt das natürlich dann auch weiterverkaufen. Und tatsächlich nochmal Kernholz. Mega kann ich nur sagen. So, jetzt zur wertvollsten Tasche, der goldenen. Hier haben wir schon 300 Gold. 10 Transmutationskristalle und auch wieder körnige Lösungen. Nachtschatten liegt auch bei über 200 Gold. Und Schlammkrabben-Schittin ist wieder was richtig Wertvolles. Mit mindestens 820 Gold könnt ihr das auch wieder beim Gildenhändler verticken. So, ich habe natürlich das jetzt im Kopf nicht alles zusammengerechnet. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, da ist ordentlich was dabei, was sich zu Gold machen lässt. Gut, je nachdem, wie gut oder wie schlecht ihr seid, müsst ihr natürlich ein bisschen Zeit. Also ich sage mal, eine gute Stunde müsst ihr dann schon einplanen, um alle Spiele dann eben auch schon zu absolvieren. Ich persönlich mag das Spiel besonders gerne. Für mich ist das keine Strafe, ganz im Gegenteil. Aber ja, Zeit muss man natürlich dafür haben. Je nachdem, wie oft man verliert. Wie gesagt, bei mir war es heute auch nicht so ganz rund gelaufen. Verlängert sich die Zeit natürlich. Das war es zum, ja, Gold gewinnen über Kartenspielen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Dann freue ich mich auch wie immer über ein Like und natürlich auch über ein Follow, falls noch nicht geschehen. Und falls ihr noch Probleme mit dem Kartenspiel habt, besucht mich super gerne auch mal auf Twitch. Ich habe dort den gleichen Namen. Fragt gerne im Chat. Dann gehe ich mit euch das Spiel auch noch mal einmal kurz durch. Ansonsten findet ihr aber auch hier auf meinem YouTube-Kanal jede Menge Videos zum Kartenspiel. Es ist am Anfang hochkompliziert. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das jemals kapiere. Aber ich habe es geschafft und ihr werdet das auch schaffen. Das war es zu diesem Video. Ich sage damit Tschüss, eure Kastanie. Und ja, bleibt dabei. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.